So meine Freunde, moin zusammen, grüße euch mit direkt eine Knallernachricht als allererstes hier zum neuen Video. Der eine oder andere wird das gestern mitbekommen haben, das Hashtag DiviGate schon getrendet hat bei Twitter. Divi ist das Intensivregister, die Abkürzung Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Okay, sollte jeder kennen, wir haben das ein oder andere Mal auch schon in den Livestreams und in ihren Videos darüber gesprochen, dass dort die Zahlen ja aufgenommen werden und dass man nachgucken kann, kann jeder für sich selber nachgucken. Einfach online draufgehen, intensivregister.de und schaut sich die Bettenbelegung bei sich im Krankenhaus etc. alles an. So, und dementsprechend, jetzt erwartete ich eigentlich, nachdem das Thema gestern so groß war bei Twitter und so eine Tragweite hat, weil seit fast anderthalb Jahren befinden wir uns hier in der C-Politik von Merkel und ihren Kollegen. Ja, und selbst hier bei mir im Regal steht da so ein Märchenbuch, Grundgesetz, dieses wurde selbst geändert. Und bei unserer Grundrechte wurden wir ja alle beraubt oder sind beraubt, ist ja noch der Fall. Aber nein, ich sehe hier keine sonderlich großen Schlagzeilen. Ich habe einen guten Artikel darüber, das ist ein Interview bei der Welt gefunden. Aber ansonsten, nee, ist ja nicht so wichtig, dieses Thema. Ist ja nicht so, dass wir alle hier unsere Grundrechte verloren. Ach Quatsch, alles Verschwörungstheorien. Und nebenbei gesagt, apropos Verschwörungstheorie. Das sind Sachen, über die wir im letzten Jahr in diesem Kanal schon zigfach gesprochen haben, dass es nicht aufgeht, was hier uns wirklich versucht wird, weiß zu machen. Und so heißt es hier bei der Welt. Und das ist kein unbekannter Matthias Schrappe. Wem ihr nix sagt, ist Medizinprofessor, Gesundheitsökonom und war von 2007 bis 2011 stellvertretender Vorsitzender des Selbstsachverständigenrates Gesundheit. Also gar nicht mal so unwichtig, der Herr. Er war bestimmt wieder so ein typischer Verschwörungstheoretiker. Zahlreiche Sachen, die er hier sagt, kann ich nachvollziehen, finde ich absolut logisch, die jetzt hier analysiert wurden mit seinem neuen Kollegen, mit dem er dieses Papier veröffentlicht hat und erstellt hat. Die Welt fragte hier zum Beispiel Herr Schrappe. Nach anderthalb Jahren großes C ist klar, dass die Pandemie einen Dreh- und Angelpunkt hatte. Es war die Angst, die Krankenhäuser könnten es nicht schaffen. Nach ihren Recherchen hatte das groteske Konsequenzen. Welche? Und das ist schon mal ganz, ganz gut ausgedrückt hier von der Welt. Denn ja, uns wurde immer weiß gemacht. Wir müssen aufpassen, nicht, dass die Krankenhäuser zu voll sind. Wir müssen aufpassen, dass die Intensivstationen, die Mitarbeiter sind, überlastet und so weiter. Und ich will hier nicht runterspielen, dass die Ärzte und auch die Pfleger wirklich eine sehr gute Arbeit gebracht haben. Das habe ich oftmals gelobt und ist mir ganz, ganz wichtig, nochmal an der Stelle hier rauszustellen. Denn was ist denn letztes Jahr passiert? Gehen wir da nochmal drauf ein. Die Bundesregierung hat geheuchelt und rumerzählt von wegen, wie man sich denn jetzt um die Krankenpfleger und so weiter kümmern möchte. Jo, und danach war das Thema durch. Sonderzahlung für, entweder für die Altenpfleger oder die Krankenpfleger ist sie gekommen. Aber nicht für alle. Und das ist da auch eine grundlose, bodenlose Frechheit einfach. Und Matthias Schraub sagt hier auf jeden Fall, die Angst gab es und sie wurde politisch transportiert. Nach unseren Auswertungen kamen sie in der Befürchtung, kein Intensivbett mehr zu bekommen, besonders drastisch zur Geltung. Die irrationalen und die kostspieligen Konsequenzen spiegeln das Divi-Intensivregister wieder oder auch die Bundestagsdebatten. Nun steht fest, die Angst vor knappen Intensivkapazitäten oder der Triage waren unbegründet. Und als nur eine ganz, ganz klare Ansage hier, die hier gemacht wird von, wie ihr sagt nochmal, niemand Unwichtige. Also absoluter Knaller. Weitere Frage, wie passt das zusammen mit dem Satz aus den Krankenhäusern, wir arbeiten am Anschlag. Auch auf den Höhepunkten aller drei Wellen waren nie mehr als 25% der Intensivbetten mit Patienten belegt, mit C-Patienten belegt. Wichtiger Punkt. Deutschland hat europaweit die meisten Intensivbetten und steht auch weltweit an der Spitze. Man kann über das deutsche Gesundheitssystem so ziemlich alles sagen, nur nicht, dass wir nicht genügend stationäre und intensivmedizinische Kapazitäten hätten und so weiter. Also zieht euch diesen Artikel, ist ein Plusartikel allerdings in der Welt, im Detail aber rein. Und ein weiterer Punkt, auf den der Herr Schrappi hier noch eingeht, der sehr, sehr wichtig ist, auch etwas, worüber ich hier mehrfach schon berichtet habe und die Fragen einfach in den Raum gestellt habe, in den Videos gestellt habe. Was ist denn mit den ganzen Betten? Was ist denn mit den Betten hier passiert? Was ist denn hier genau los? Und so sagt er nämlich hier, die Bundesregierung nahm immerhin eine halbe Milliarde Euro, halbe Milliarde, Euro in die Hand, um den Aufbau zusätzlicher Intensivbettenkapazitäten zu finanzieren. Nach unseren Recherchen scheinen diese Betten aber nicht existent zu sein. Sie sind offensichtlich niemals geschaffen worden oder wurden beantragt, obwohl es keine Pflegekräfte dafür gab. Und darüber, wie gesagt, habe ich berichtet, Tagesschau selber hat darüber berichtet, online zumindest, im Juli letzten Jahres schon. Wo sind 7305 Intensivbetten geblieben, haben sie da gefragt. Ja, und die sind einfach nicht mehr aufgetaucht. Also Leute, das kann doch nicht sein. Wisst ihr, hier geht es um Millionen Euro. Davon mal abgesehen, geht es aber auch darum, dass auf dieser Grundlage, dass man gesagt hat, Jo, alles ausgebucht, ne, hier keine Kapazitäten mehr, daraufhin sind wir hier eingesperrt. Anders kann man es doch nicht mehr sagen. Oder dann auch BZ Berlin Artikel, Zitat, die Intensivstationen waren auch vor C schon am Limit. Leute, die Informationen sind nicht neu. Die sind alle permanent vorhanden. Man muss einfach nur die Augen aufmachen. Daniel Först, das ist ein FDP-Abgeordneter aus Bayern, Zitat bei Twitter, Nirgends auf der Welt sind so viele C-Patienten auf Intensivstationen gekommen wie in Deutschland. Krasses Interview mit Professor Schrappe. Er sagt völlig zu Recht, dass die Zahlen Fragen aufwerfen. Wir gehen dem mal auf den Grund. Denn es wurde auch noch von Herrn Schrappe soweit hier in Frage gestellt, ob denn wirklich es notwendig war, jeden Patienten wirklich dann auf die Intensivstation zu schicken überhaupt. AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag schreibt hier vom Herrn Münzenmaier, ist das Zitat, Die AfD-Fraktion fordert eine sofortige Aufklärung und Aufweitung des Divigates. Herr Münzenmaier, die im Raum stehenden Vorwürfe unterstreichen, klar die Dringlichkeit eines C-Untersuchungsausschusses, was ich schon seit fast einem Jahr fordere, den wir schon länger fordern, macht die AfD ebenso. Und das ist ganz, ganz richtig und wichtig, was man sich jetzt hier rausziehen sollte, was man jetzt benötigen würde. Wir brauchen eine unabhängige Analyse dessen, einen Untersuchungsausschuss, der wirklich unabhängig ist und nicht bestellt wird von der Bundesregierung oder sonst irgendwelchen Parteien, die da irgendwie einen eigenen Vorteil draus sehen oder sonstiges. Dann brauchen wir unabhängige, nochmal unabhängige Gerichte, die dann darüber entscheiden, was Frau Merkel und ihre Kollegen in der gesamten Bundesregierung hier zu verhandeln worden haben. Genauso inklusive der Ministerpräsidenten, die das auch durchgewunken und bestätigt haben. Weil es kann doch einfach nicht sein, was hier abgeht. Oder auch, Herr Lauterbach, auf welcher Basis war er denn die ganze Zeit in diesen Talkshows? Mit welchen Zahlen hat er denn da hantiert? Wo kamen denn diese Zahlen her? Wie kann denn da jetzt so eine Diskussionsbasis überhaupt existieren? Also das ist eine ganz, ganz krasse Entwicklung, die sich hier gerade auftut. Schreibt eure Meinung mal unten in die Kommentare rein. Als nächstes haben wir hier was noch aus der Bundestagswahl. Und gerade es konzentriert sich halt sehr, sehr, sehr viel da drauf. Das ist gut, das ist nicht schlecht. Aber man darf natürlich andere Themen, wie jetzt gerade eben das von vorher, auch nicht aus dem Fokus verlieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und jetzt heißt es hier, gibt es hier eine Umfrage über die politische Stimmung in Deutschland. Und die sieht ganz interessant aus. Nämlich, so heißt es hier, Zitat von der Welt, mehr als 60 Prozent der Bürger in Deutschland wollen einen Wechsel der Bundesregierung. Und zwei Drittel wünschen sich in einer Umfrage des Allensbach-Instituts in vielen Bereichen eine andere Politik. Ja, und was versucht uns die Presse mit dieser Umfrage wieder darzustellen? Denn so empfinde ich das Ganze, ja, dass wir Grün wollen. Aber sorry, das ist doch Humbug. Oder sehe ich das falsch? Also klar, ich wünsche mir definitiv eine andere Bundesregierung. Ich wünsche mir auch eine gänzlich andere Politik. Ich wünsche mir auch eine andere Klimapolitik. Ja, natürlich, da stimme ich bei jeglicher Aussage dieser Umfrage komplett mit ein. Ja, klar, das passt für mich, absolut. Das ist kein Widerspruch. Nur, ich wünsche mir nicht das, was die Grünen sich wünschen. Denn ich verlinke euch an dieser Stelle nochmal mein Video von gestern von Frau Baerbock. Also, was die Frau vorhat, was die Frau mit ihrer Partei, den Grünen, geplant hat, das ist ein ganz, ganz krasses Ding. Das ist nichts anderes als eine kostspielige Politik, eine nicht nachhaltige Politik, eine Verbotspolitik natürlich ebenso und eine komplette Drangsalierungspolitik gegen das eigene Volk. Also, wenn das wirklich kommt, auch nur in Zügen oder in Ansätzen, wie das dort hofiert, präsentiert wurde von ihr, na dann Prostmahlzeit. Dann sind wir hier aber richtig arm dran. Und dann werden wir aber die Kacke am Dampfen haben. Wenn wir ein paar Jahre weiter sind in diesem Land, dann haben wir nämlich zahlreiche Gutverdiener, nicht mehr in diesem Land, die sagen, nö, warum soll ich mir das denn hier antun? Gute Firmen, Mittelständler, die sagen, nein, das kann ich hier nicht mehr bezahlen. Das möchte ich auch nicht mehr bezahlen. Das ist absolut nachvollziehbar. Und normalerweise habe ich ja die Einstellung und sage, ja, man soll nicht die Flinte ins Korn werfen und hier abhauen und flüchten. Ich kann aber mittlerweile wirklich jeden verstehen, der sagt, ich wandere aus oder ich mache meinen Unternehmenssitz in einem anderen Land, ich gehe weg mit meiner Firma oder auch sonst privat wandere ich aus aus diesem Land. Das ist mittlerweile wirklich vollkommen nachvollziehbar, wie ich finde. Aber schreibt eure Meinung dazu gerne auch unten rein. Lass mal ein Liedsau was Interessantes. Man kann ja auf insolvenzbekanntmachungen.de nachgucken, wer halt insolvent gegangen ist. Und ich wurde von einem Abonnenten auch darauf hingewiesen. Danke dafür. Gruß geht raus. Du weißt, wer gemeint ist. Zum 30. April ist ja die Insolvenzantragspflicht beendet worden. Also die ist wieder eingetreten. Die Verlängerung ist nicht gemacht worden. So rum ist es richtig. Gebärbockt. Und dementsprechend denke ich mir, guckst du mal wieder bei den insolvenzbekanntmachungen.de vorbei. Da sind natürlich auch private Insolvenzen drin. Ich habe jetzt aber mal geguckt und tendenziell sind da schon einige Firmen, GmbHs und so oder GBRs, die man da sieht oder auch andere EK, also eingetragener Kaufmann und so weiter, mehr zu finden von meiner Wahrnehmung als in den Monaten zuvor. Interessant finde ich aber den Punkt hier folgender. Der steht hier dick in rot geschrieben. Zitat. Die Insolvenzbekanntmachungen werden in den kommenden Wochen zu einem Teil auf eine neue technische Umgebung übertragen. Wir bemühen uns, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Gleichwohl kann es nicht ausgeschlossen werden, dass zu geringen Beeinträchtigungen kommen kann. Zu deutsch. Komischer Zufall. Jetzt gerade wird dieses Portal überarbeitet. Leute. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken, was hier abgeht. In diesem Sinne, meine Freunde, ich bin raus. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Schreibt eure Meinung unten rein. Alles bleibt scheiße. Bis zum nächsten. Und ciao.